Detektive der Vergangenheit. Ungelöste Fälle. Bewegendes Schicksal. Große Geschichte. ZDF History mit Guido Knopp. Der Kalte Krieg. West und Ost bedrohen sich mit mehrfacher totaler Vernichtung. Der nukleare Overkill. In einem dritten Weltkrieg wäre er für beide Seiten eine reale, tödliche Gefahr. Streng geheim bleibt, dass von den abertausenden Atomwaffen auch ohne Krieg Gefahr ausgeht. Durch haarsträubende Schlamperei und tragische Unfälle. Liebe Zuschauer, willkommen. Manchmal ist man ja ganz froh, wenn die Gefahr, in der man schwebt, erst dann erkannt wird, wenn sie schon vorbei ist. Die Geschichte, die wir Ihnen heute zeigen, handelt von genau so einem Fall. 30 nukleare Sprengköpfe haben die US-Streitkräfte im Verlauf des Kalten Kriegs verloren. 11 von ihnen sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. Zerbrochene Pfeile, Broken Arrows, wurden diese Unfälle im Pentagon genannt. Wie ein Wunder scheint es bei der Fülle der bis heute nachprüfbaren Fakten, dass bei all den nuklearen Havarien keine Katastrophe eintrat. Das Geheimnis der verlorenen Atombomben. Unsere Kollegen vom History Channel spüren ihm nach. Übungsbilder einer Spezialeinheit der US-Armee für nukleare Unfälle. Ihre Existenz ist jahrzehntelang geheim. Genauso wie ihre Einsätze, etwa wenn mal wieder ein Atombomber abstürzt. Plötzlich ruckelte unsere Maschine. Dann gab es eine Explosion. An die Bomben habe ich dabei gar nicht gedacht. Die wurden mit abstürzt. Die Air Force sagt, solange eine Atombombe nicht aktiviert ist, kann sie nicht explodieren. Höchstens ihr Zünder mit normalem Sprengstoff. Soweit die Theorie. Wenn man ein Flugzeug mit Wasserstoff oder Atombomben verliert, soll man die Bomben mit dem Flugzeug abstürzen lassen. Dann wissen die später beim Aufräumen, wo sie sind. Die Spezialeinheit für Broken Arrows, so der US-Codename für Unfälle mit Kernwaffen, ist vorbereitet für den schlimmsten aller Fälle. Als Spezialist weiß man, Broken Arrow ist ein ernster Unfall mit Nuklearwaffen, wahrscheinlich mit Verstrahlung und dem Risiko einer Detonation. Die Atomstreitkräfte beider Seiten unterliegen strengster Geheimhaltung. Berichte über Unfälle könnten dem Gegner mögliche Schwachstellen verraten. Jetzt erzählen amerikanische Bomberpiloten zum ersten Mal von ihrem gefährlichen Job mit den stärksten aller Waffen. Es ging ja um gegenseitige Zerstörung. Keiner würde die Hälfte abfeuern oder ein Drittel oder nur so und so viele Bomben. Wenn es losging, dann alles. Der größte Idiot konnte sich ausrechnen, dass das kein guter Plan war. Mir war schon klar, wenn wir überhaupt zurückkommen, wird nicht mehr viel da sein. Heute haben beide Seiten massiv abgerüstet. Verglichen mit den 80er Jahren sind 90 Prozent der atomaren Zerstörungskraft abgebaut worden. Aber unsere aktuell 2500 einsatzbereiten Sprengköpfe sind immer noch 50.000 Mal Hiroshima. Und damals starben schon 180.000 Menschen. Da stehen wir heute. Völlig inakzeptabel. 1980 veröffentlicht das Pentagon eine Liste mit US-Nuklearunfällen. 30 verlorene Bomben und mehr als 1200 zum Teil schwere Zwischenfälle. Man muss sich mal vorstellen, dass es im Kalten Krieg etwa 60.000 Sprengköpfe gab. Stationiert in 25 verschiedenen Ländern. Diese Waffen mussten ständig bewegt, gewartet und überprüft werden. Das ist ein gewaltiger Aufwand bei so vielen Waffen. Deshalb haben wir so viele Unfälle zu verbuchen. Da sind Menschen am Berg. Und Menschen machen Fehler. Februar 1950. Über der Westküste der USA. Ein B-36-Bomber meldet Feuer in einem seiner Triebwerke. Um besser manövrieren zu können, wirft der Pilot seine Plutonium-Bombe, eine Weiterentwicklung des Nagasaki-Typs, über dem Meer ab. Die Waffe ist nicht aktiviert. Über dem Pazifik explodiert nur der Sprengstoff des Zünders. Der Bomber stürzt in einer kanadischen Gebirgsregion ab. Die Crew rettet sich per Fallschirm. Erst nach Jahren wird der Absturzort gefunden. Von der Bombe fehlt bis heute jede Spur. Nur diesen Ersatzzünder finden Suchmannschaften in der Nähe des Flugzeugwracks. Allein die große Zahl der Nuklearwaffen macht Unfälle fast unvermeidbar. US-Waffeningenieure entwickeln mehr als 65 verschiedene Bomben- und Sprengkopftypen. Die größte amerikanische Bombe, die je gebaut wurde, ist eine Wasserstoffbombe. 2000 Mal stärker als Hiroshima. Sie funktioniert nicht nach dem Prinzip der Kernspaltung, sondern nutzt die noch energiereichere Fusion, die Verschmelzung von Atomkernen. Es ist die Kraft, die auch die Sonne heizt. Materie wird ja von sehr starken Kräften zusammengehalten. Nur darum fühlt sich dieser Stuhl hier hart an, wenn ich darauf klopfe. Die Explosion einer nuklearen Waffe setzt diese enormen Kräfte frei. Eine Bombe von der Größe eines Benzintanks kann eine ganze Stadt verwosten. Die Atombombe ist eine komplizierte Tötungsmaschine. Ihre Kettenreaktion beginnt mit der möglichst präzisen Zündung herkömmlichen Sprengstoffs. Dessen Explosion presst den nuklearen Kern aus Uran oder Plutonium für Sekundenbruchteile so stark zusammen, dass eine Kernspaltung ausgelöst wird. Nach diesem Prinzip zünden die Bomben von Hiroshima und Nagasaki. Doch es gibt noch eine stärkere Kraft, die sich für Waffen nutzen lässt. Wenn man die Energie einer normalen Atombombe auf kleinstem Raum konzentriert, kann eine Kernfusion der Wasserstoffisotope Tritium und Deuterium ausgelöst werden. Eine solche Wasserstoffbombe nutzt die Atombombe als Zünder. Die Kettenreaktion, die dann beginnt, ist theoretisch grenzenlos. Sie wird nur von der Menge des Materials begrenzt. Eine 20 Megatonnen Wasserstoffbombe hat die Sprengkraft von 20 Millionen Tonnen TNT. Ein Güterzug mit so viel Sprengstoff wäre mehr als 3000 Kilometer lang. Eine einzige solche thermonukleare Bombe kann in einer Großstadt zwei Millionen Tote verursachen. Ein Unfall mit Wasserstoffbomben gilt deshalb als der gefährlichste Broken Arrow. US-Militärs halten die Sicherheitsmechanismen ihrer Kernwaffen für ausreichend. Doch wie zuverlässig sind die Einrichtungen unter den Einflüssen eines schweren Unfalls? 5. Februar 1958. Atombomber vom Typ B-47 trainieren über Florida Bombenabwürfe. Gleichzeitig simulieren Abfangjäger eine möglichst reale Luftkampfsituation. Einer der Bomberpiloten ist Howard Richardson. Wenn uns die Abfangjäger gestellt hatten, machte unser Co-Pilot die ganze Elektronik klar und begann mit den Schießübungen. Mein Name ist Robert Lagerstrom. Ich war Co-Pilot der B-47 aus der 19. Bomberstafel. Als wir unser Manöver flogen, kam es zu sehr knappen Annäherungen von Jägern. Klar, wir waren im Training, wir versuchten uns zu wehren. Und die sollten uns abschießen. Einer der Angreifer ist Jagdpilot Clarence Stewart. Damals waren wir mit F-86 Maschinen ausgestattet, einsitzigen modernen Abfangjägern. Stewart soll einen Trainingsangriff auf die B-47 von Richardson fliegen. Der allerdings weiß nichts davon, glaubt, sein Manöver sei schon beendet. Uns hat das niemand gesagt. Wir haben sie wie einen Gegner behandelt. Es gibt noch ein zweites, ernsteres Problem. Die B-47 ist mit einer echten drei Tonnen Atombombe bestückt. Sie soll für realistisches Flugverhalten sorgen. Wie im Ernstfall. Ich musste die Atombombe quittieren. Es war eine Mark 15 und ich kannte ihr Gewicht. Die F-86-Jäger sind mit einem neuartigen Bordradar bestückt, das schnelle Annäherungen an mögliche Eindringlinge erlauben soll. Aber Stewarts Gerät ist defekt. Die B-47 ist viel näher, als er glaubt. Mein linker Flügel wurde abgerissen. Viel Feuer. Ich sah die Explosion der anderen Maschine. Zuerst dachten wir, das war's jetzt. Jagdpilot Clarence Stewart rettet sich mit dem Schleudersitz. Richardson und Lagerstrom versuchen, ihren Bomber in der Luft zu halten. Jederzeit konnte das Flugzeug auseinanderbrechen. Wir wussten ja nicht, wie groß der Schaden war. Unser Augenmerk galt jetzt besonders der Bombe. Drei Tonnen Gewicht machen viel aus. Wir beschlossen, sie abzuwerfen. Wir erkannten die Sprengkraft und wussten, dass sie losgehen konnte. Es wäre ein ganz schöner Knall geworden. Nach ein paar Minuten dachten wir, dass wir jetzt weit genug von der Küste weg waren. Ich sagte dem Navigator, Leland, wir werfen sie jetzt ab. Das tat er. Und ich gab noch das Kommando, die Koordinaten der Abwurfstelle genau aufzuschreiben. Die schwerbeschädigte B-47 ist jetzt mehr als drei Tonnen leichter. Richardson kann notlanden und seine Crew retten. Stewart landet mit dem Fallschirm in diesem Baum. Sein Flugzeug stürzt Kilometer entfernt in einen Acker. Als Kollisionsursache wird das defekte Radargerät ermittelt. Bomberpilot Richardson erhält einen Orden. Die von ihm abgeworfene Atombombe liegt bis heute irgendwo im Atlantik vor der Küste Georgias. Das Bikini-Atoll im Pazifik, 28. Februar 1954. Codename Castel Bravo. Es ist die größte jemals von den USA gezündete Wasserstoffbombe. Unerwartet starker nuklearer Fallout geht auf die Region nieder. Offiziell heißt es, keine ernsthafte Gefährdung für die Bevölkerung. Der nukleare Leichtsinn der 50er Jahre, auch bei den eigenen Leuten. Also Bernd, was sagen Sie zu dieser Strahlung, über die man so viel hört? Nun ja, es gibt diese Strahlung, das ist klar. Ich war zwei Kilometer vom Zentrum der Explosion entfernt und habe einiges abbekommen. Erst bei 450 Röntgen erreicht man eine kritische Dosis. Wie Sie sehen können, bin ich noch da. Tony weiß, jederzeit kann eine Bombe explodieren und er ist vorbereitet. Ducken und sich schützen. Pass auf, Junge, du musst schnell sein. Die Gefahr wird verharmlost. Ob bewusst oder aus Unkenntnis, selbst der Verteidigungsminister hat keine klare Vorstellung. Ich war ja vorher Präsident bei Ford und kannte wirklich nicht den Unterschied zwischen Atombomben und normalen Bomben, nur dass eine Atombombe irgendwie stärker sein muss. Um seine Wissenslücken zu schließen, besucht McNamara das Hauptquartier der Atombomberflotte in Omaha. Dort erklärt ihm General Curtis LeMay, ein strammer Antikommunist, wie der Dritte Weltkrieg aussehen wird. Ich bat ihn, mir die geheimsten Pläne zu zeigen, die noch nie ein Zivilist gesehen hatte und ich war total schockiert. Denn die Strategie der NATO, der USA und General LeMay sah vor, auch dann mit Atomwaffen zuzuschlagen, wenn der Warschauer Pakt einen NATO-Staat nur konventionell angreift. Die massive Abschreckung wirft Sicherheitsprobleme auf. Tausende von Sprengköpfen sind nicht ohne Fehler zu handhaben. Was passiert, wenn ein Atomunfall zum Kriegsgrund für die Gegenseite wird? McNamara plädiert für eine neue Strategie. Als ich zurückkam, empfahl ich Präsident Kennedy in einem sehr vertraulichen Einzelgespräch, niemals, niemals der NATO-Strategie und den US-Kriegsplänen zu folgen. Selbst wenn die Truppen der Sowjets und des Warschauer Paktes ganz Deutschland erobern und vor der Hauptstadt vor Bonn stehen. Ich denke, er hat das akzeptiert. General LeMay sieht das ganz anders. Er glaubt daran, einen Nuklearkrieg gegen die Sowjets gewinnen zu können und nimmt dafür in Kauf, den Gegner zu provozieren. Im August 1962 sollte eine B-52, die wir in ständiger Bereitschaft in der Luft hatten, an Grönland vorbeifliegen, die kanadische Küste umrunden und dann wieder Richtung Süden drehen, zurück in die USA. Aufgrund einer falschen Peilung kam die Crew tausende von Meilen vom Kurs ab und flog in sowjetischen Luftraum, ehe sie das merkten und schnell umdrehten. Der gefährlichste Moment des Spätsommers 1962. Eine sowjetische Reaktion auf den Eindringling hätte den Dritten Weltkrieg auslösen können. Zwei Monate später entdeckt ein US-Flugzeug auf Kuba den Aufbau sowjetischer Raketenstellungen. Präsident Kennedy will die Stationierung von Atomwaffen so nah an den Grenzen der USA um jeden Preis verhindern. Was die Amerikaner nicht wissen, die Raketen sind schon in Stellung. Die CIA sagte, die Atomraketen seien noch nicht in Kuba angekommen. 20 seien auf dem Weg. 30 Jahre später fanden wir heraus, dass 162 Nuklearsprengköpfe schon da waren. 90 taktische Atomwaffen gegen eine mögliche US-Invasion und 60 für Mittelstreckenraketen. Damit hätten 80 Millionen Amerikaner getötet werden können und wir waren so kurz davor anzugreifen. Gott weiß, dass ich dagegen gewesen wäre und Kennedy wohl auch, aber wie lange hätte man es hinauszögern können? Wir waren dem Untergang so nahe. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht die USA, sondern die ganze Welt. General May wird in den Ruhestand versetzt, 1964. Der Kalte Krieg geht weiter und Verteidigungsminister McNamara bleibt im Amt. Auf beiden Seiten wird weiter aufgerüstet. Den Verantwortlichen ist dabei die Schlagkraft wichtiger als das Verhüten von Unfällen. Man muss das als einfache Kosten-Nutzen-Rechnung sehen. Der Aufwand, einem Unfall mit amerikanischen Nuklearwaffen weltweit effizient vorzubeugen, wäre ganz einfach untragbar gewesen. Unfälle und Verstrahlung werden einkalkuliert. Im vermeintlichen Interesse der nationalen Sicherheit. Nirgends wird diese riskante Berechnung deutlicher als beim meistgebauten Bomber des Kalten Krieges, der Boeing B-52. Eine der mehr als 4000 Maschinen fliegt der Pilot James Randolph. Er wird verwickelt in eine der gefährlichsten Broken Arrows, eine nukleare Beinahekatastrophe. Am Anfang gab es Probleme mit der Struktur des Hecks. Das ganze Heck brach einfach ab, aus verschiedenen Gründen. Wir haben das korrigiert, aber erst nach unserem Unfall. 16. Januar 1966. Für Wendorf zunächst ein ganz normaler Tag. Es war ein Sonntag. Wir starteten gegen sechs am Abend. Wendorffs B-52 hat vier Wasserstoffbomben an Bord mit einer Sprengkraft von 300 Hiroshima-Bomben. Er soll damit über den Atlantik fliegen, nach Europa. Als Teil unserer ständigen Abschreckungsstrategie in den 60ern ließen wir die B-52 über dem Mittelmeer kreisen. Von dort aus sollten sie im Ernstfall die Sowjetunion an ihrer schwachen Seite vom Süden her angreifen können. Die Flugzeuge müssen alle acht Stunden in der Luft betankt werden. Routine. Eigentlich. Wenn ich mich recht erinnere, waren wir in knapp zehn Kilometer Höhe. Wir schnappten uns den Tanksturz. Ich konnte den Tanker klar vor uns sehen. Auf einmal begann unsere Maschine zu rütteln. Dann gab es eine Explosion. Um uns herum war nur Feuer und Trümmer. Als nächstes war alles schwarz. Ich war bewusstlos. Ich glaube, dass das Heck abgebrochen ist wegen dieses Konstruktionsfehlers. Das Heck einer B-52 hat keinen Auftrieb, was an der Flügelform liegt. Wenn also das Heck abbricht, verliert das Flugzeug eine Menge Gewicht und Luftwiderstand. Was passiert dann? Es gibt einen Ruck nach oben und die Maschine stürzt ab. Ich glaube, genau das ist geschehen. Das Tankflugzeug explodiert. Sechs Männer sterben. Jim Wendorf und vier weitere Crewmitglieder retten sich per Schleudersitz. Der spanische Fischer Paco Orts wird von seinem Boot aus Zeuge. Ja, ich sah deutlich, wie das Flugzeug explodierte. Mehrere Fallschirme waren zu sehen. Die Piloten und ein Behälter. Der fiel links neben meinem Boot ins Wasser. Es ist eine der vier Wasserstoffbomben. Sie fällt an ihrem Schirm langsam ins Mittelmeer und geht unter. Genau wie Jim Wendorf. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, dass ich etwa drei Meter unter Wasser war. Ich schaute nach oben und sah meinen Fallschirm. Ich dachte, hey, du hast es geschafft, aber jetzt bist du zu tief im Wasser. Naja, und dann bin ich nach oben geschwommen. Ich rief andere Boote hinzu und wir haben alle Piloten retten können. Ein Freund von mir hat zwei rausgefischt. Wendorffs B-52 stürzt neben dem spanischen Bauerndorf Palomares ab. Zusammen mit den drei anderen Wasserstoffbomben. Bei zwei von ihnen detoniert der Sprengstoff des Zünders. Es kommt zu keiner Atomexplosion, aber zu einer massiven Verstrahlung. Wir müssen schon anerkennen, dass die US-Regierung den Unfall sehr ernst genommen hat. Sie hatte auch keine andere Wahl. Es wurden viel Personal und Ausrüstung zum Unfallort gebracht. Sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut, die Gegend nach den damaligen Grenzwerten zu reinigen. Was nicht heißen soll, dass diese Grenzwerte ausreichend waren. Die Kerne von zwei thermonuklearen Bomben haben sich über Felder und Häuser ausgebreitet. Bis heute wird rund um Palomares erhöhte Strahlung gemessen. Die US-Regierung zahlt zwar für die Entsorgung von verseuchtem Erdreich, nicht aber für den Verdienstausfall der Bewohner. Die Amerikaner haben überhaupt nichts für die Menschen in Palomares getan. Keiner wollte unseren Fisch aus dem Meer haben, keiner unsere Tomaten von den Feldern essen. Die US-Armee richtet ein Notfallcamp bei Palomares ein. 700 Mann suchen nach der einen fehlenden Wasserstoffbombe. Aber nur einer weiß, wo sie ist. Der Fischer Paco Orts. Heute haben sie ja Radar und Sonar. Aber damals kam es auf uns an, die Fischer. Niemand wusste, wo die Bombe runtergegangen war, außer Paco. Also ich. Normalerweise wählt man einen festen Orientierungspunkt, um eine Stelle auf offener See wiederzufinden. Ich hatte drei. Ohne mich selbst loben zu wollen. Aber damals war ich der Einzige, der ihnen wirklich helfen konnte. Paco Orts führt das Suchteam tatsächlich zur richtigen Stelle im Meer. Sie finden die verlorene Bombe. Ihr Fallschirm hat sich um sie gewickelt. Sie fingen an, die Bombe nach oben zu ziehen, doch das Tau riss und sie verloren sie wieder für ein paar Tage. Damals haben mir ja viele vorgeworfen, dass der Unfall die USA Abermillionen von Dollar gekostet hätte. Das stimmt natürlich, aber ich konnte ja nichts dafür. Hauptsache sie fanden das verdammte Ding. Egal, wie teuer das war. Die verlorene Bombe wird zum Problemfall. Erst am 7. April 1966 wird sie an Bord der USS Petrel gezogen. 80 Tage nach dem Unfall. Die Luftwaffe meldet, dass die Schutzhülle intakt sei. Trotzdem wird noch auf hoher See der Kernsprengsatz vom Rest der Bombe getrennt. Der Unfall von Palomares führt dazu, dass zum ersten Mal überhaupt eine Wasserstoffbombe öffentlich zu sehen ist. Genau an der Stelle, wo vor 40 Jahren die havarierte B-52 niederging, wird heute gebaut. Ferienanlagen. Das verseuchte Erdreich ist hier noch in den 60er Jahren abgetragen worden. Auf Kosten der US-Regierung. Was ich getan habe, habe ich für Spanien getan. Nicht für die Vereinigten Staaten. Die haben eine Bombe verloren. Und zwar eine für 6 Millionen Dollar. Aber wir hatten große Angst. Und was wäre passiert, wenn die Bombe explodiert wäre? Das Mittelmeer hier wäre ein toter Ozean. Der Zwischenfall von Palomares ändert nur die Flugrouten der Atombomber über dem Mittelmeer. An der riskanten Strategie der Abschreckung ändert er nichts. Die Folgen sind weitere Unfälle und beinahe Katastrophen. In den späten 50er Jahren riskierte ein Wachmann der Luftwaffe eine Atomexplosion. Der Mann war depressiv, wollte selbst Mord begehen. Er richtete sein Gewehr auf den Zündmechanismus einer der Bomben, die er überwachen sollte und drohte damit abzudrücken. Der Wachmann drückt nicht ab. Aber er macht der Air Force klar, dass die Sicherheitsvorkehrungen für Atomwaffen deutlich verschärft werden müssen. Alle Arten von Unfällen, von Sicherheitsproblemen können letztlich auf menschliche Ursachen zurückgeführt werden. Menschen sind nun mal irrational, unsicher und manchmal sind sie auch ganz einfach verrückt. Stress, private Probleme oder Langeweile, die Verlässlichkeit des Personals kann durch verschiedene Faktoren gemindert werden. Vor allem die Kontrollcrews für Raketen erledigen in ihren Bunkern stundenlang die gleichen Routineaufgaben. Ein besonderer Test wird entworfen, um potenziell unzuverlässige Soldaten zu erkennen. Wer den PRP-Test nicht besteht, wird versetzt. Die veröffentlichten Zahlen sind ziemlich erschreckend. In den 80er Jahren zum Beispiel wurden von 100.000 Personen, deren Dienst mit Nuklearwaffen zu tun hatte, jedes Jahr 5000, also 5 Prozent, durch das PRP-Programm ausgeschlossen. Das menschliche Risiko soll durch eine weitere strenge Regel minimiert werden. Niemand darf alleine mit Atomwaffen hantieren. Die Idee ist, wenn einer den Verstand verliert, ist dann noch ein anderer, der ihn stoppen kann. Selbst der Präsident fällt unter die Zwei-Personen-Regel. Die Entscheidung, Nuklearwaffen einzusetzen, muss er gemeinsam mit seinem Verteidigungsminister treffen. Völlige Sicherheit bleibt trotzdem Illusion. Als die Presse mal in eine Raketenstellung eingeladen wurde, um mit den Soldaten zu sprechen, sagte einer der Diensthabenden zu den Journalisten, Die Sache mit dem angeblich nötigen zweiten Schlüssel sei Unsinn. Er könne das Ganze mit einem Stück Schnur und einem Löffel leicht umgehen. Menschlichem Erfindungsreichtum ist kein Sicherheitssystem gewachsen. Er ist recht nicht der menschlichen Fehlbarkeit. Januar 1968. Die USA führen Krieg in Vietnam und stehen in ständiger Bereitschaft für einen Atomkrieg gegen die Sowjetunion. Atomwaffen in der Luft, 24 Stunden, jeden Tag. 21. Januar 1968. Luftwaffenstützpunkt Plattsburgh bei New York. John Hawke startet mit seiner B-52 zu einem Flug an die Luftraumgrenze der Sowjetunion. Es war ein ganz normaler Einsatz. Es ging wohl darum, Stärke zu demonstrieren gegenüber den Russen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mission mit einem Absturz enden würde. Die Route führt zunächst nach Grönland, zum US-Luftwaffenstützpunkt Thule. Wir erfuhren, dass die vorgesehene Maschine defekt war und die Ersatzmaschine auch. Ein dritter Bomber, der am Tag davor erst zurückgekommen war, wies sieben schwerer Mängel auf. Aber sie sagten uns, die seien behoben. Also nahmen wir an, dass das Flugzeug in Ordnung ist. Kurz nach dem Start gerät die B-52 plötzlich ins Schlingern. Der Autopilot ist defekt. Kein Grund, die Mission sofort abzubrechen. Der richtige Ärger fing erst an, als wir über Thule waren. Auf einmal wurde es eiskalt hinter Maschine. Die Crew leitet heiße Luft aus dem Triebwerk direkt ins Cockpit. Eine riskante Methode, die ständige Kontrolle erfordert. Wir haben nicht richtig aufgepasst. Eine Viertelstunde später brach im unteren Teil der B-52 ein Feuer aus. Am Platz unseres Navigators. Ich befahl, ihn zu löschen. Er tat das. Aber das Feuer brach wieder aus. Es fing immer wieder an. Feuer an Bord. Dann fällt auch noch die komplette Elektrik des Atombombers aus. Als der Strom ausfiel, war mir klar, dass eine Notlandung unmöglich war. Wir konnten die Landeklappen nicht auswahren und die Maschine wog viel zu viel. Wenn wir eine Notlandung ohne die Klappen versucht hätten, wären wir am Ende der Landebahn irgendwo eingeschlagen und explodiert. Ich sagte der Crew, dass wir über Thule abspringen müssen. Die vier Bomben der B-52 sollen an Bord bleiben. Man soll die Bomben ja mit dem Flugzeug abstürzen lassen. Dadurch werden die Aufräumarbeiten einfacher. Man weiß dann, wo die Bomben sind. Nicht so wie in Spanien, wo sie sechs Monate diese eine verlorene Bombe suchen mussten. Der Absprung aus einem kaum noch zu kontrollierenden Flugzeug ist riskant. Der letzte Mann, unser Co-Pilot, wurde im Schleudersitz getötet. Die Maschine war einfach zu schnell. Und er musste durch das Feuer durch. Brennend fällt die B-52 11 Kilometer westlich ins Eis. Und mit ihr die vier Wasserstoffbomben. Sie schickten ein paar Eskimos zur Unglücksstelle. Sie dachten, dass wir mit dem Flugzeug abgestürzt werden. Die Eskimos trugen diese großen Eskimo-Anoraks aus Robbenfell. Und als sie zurückkamen, waren sie verstrahlt. Also haben sie den Eskimos die Anoraks abgekauft und sie anschließend dekontaminiert. Wieder ist beim Absturz der Zündsprengstoff der Bomben explodiert und hat radioaktives Material über Kilometer verstreut. Im Gegensatz zu Palomares haben wir im Fall Thule viel klarere Beweise für die radioaktive Verstrahlung. Es sind dänische Arbeiter, die im Auftrag der US-Armee die Trümmer wegschaffen und stark verstrahltes Eis abtragen. Wie schon beim Unfall von Palomares wird das verseuchte Material in die USA transportiert und in Texas vergraben. 1986 habe ich eine Studie durchgeführt über 800 dieser dänischen Arbeiter, die bei den Aufräumarbeiten dabei waren. Wir fanden heraus, dass 500 von ihnen unter chronischen Krankheiten litten. 90 waren in der Zwischenzeit an Krebs erkrankt oder daran gestorben. Das zeigt uns zwei Dinge. Es macht das große Ausmaß der Verstrahlung deutlich und es beweist, dass die Männer, die zum Aufräumen geschickt wurden, nicht adäquat geschützt waren. Nach dem Aufräumen bleibt noch ein Problem. Eine der vier Bomben wird vermisst. Der arktische Winter behindert die Suche. Erst sechs Monate später treffen Spezialgerät und Experten ein. Mit dabei ist Weston Rowe. Ich glaube, es ging vor allem darum, die Dänen zu beruhigen, dass da nichts war, was ihre Umwelt verseuchte. Die Frage, ob dort auf dem Meeresgrund eine Wasserstoffbombe liegt, musste natürlich beantwortet werden. So wie ich die Protokolle und Berichte verstehe, wurden nur von drei Bomben Einzelteile und Elemente identifiziert, aber nicht von einer vierten. Also ist es wahrscheinlich, dass dort unten eine Waffe liegt. Offiziell heißt es von US-Seite bis heute eher vage, es gebe keine stichhaltigen Beweise für eine Bombe auf dem Meeresgrund vor Grönland. Immerhin zieht man 1968 Konsequenzen. Die USA stellen ihre Praxis ein, rund um die Ur-Atombomber mit scharfen Waffen in der Luft zu haben. Es war zu gefährlich. Es war auch nicht notwendig. Wir hatten ja Raketen, die nicht zerstört werden konnten, in U-Booten oder harten Silos. Wir brachen das Ganze ab, weil es zu riskant war. Die US-Regierung musste einsehen, dass sie diese Form der Abschreckung nicht mit der nötigen Unfallsicherheit aufrechterhalten konnte. Welche Vorteile es auch immer hatte, ständig Bomber in der Luft zu haben, sie wurden aufgewogen von den politischen und menschlichen Folgen dieser Unfälle. Die Mehrzahl der amerikanischen Unfälle mit Kernwaffen geht auf das Konto der Luftwaffe. Verlässliche Zahlen sind nur bis Anfang der 80er Jahre bekannt. Jüngere Broken Arrows unterliegen bis heute der Geheimhaltung. Doch auch Amerikas Raketentruppen werden von Unfällen nicht verschont. In einer Stellung in Arkansas kommt es 1980 zur Katastrophe. Flammen schießen in den Himmel. Eine leuchtende Wolke. Polizisten mit Gasmasken rufen uns zu. Evakuieren. Das Gebiet räumen. Die Unfallursache? Ein Arbeiter lässt aus Versehen ein Werkzeug fallen, das einen Tank beschädigt. Acht Stunden später entzündet sich Benzin. Ein Techniker, der das Feuer löschen will, kommt ums Leben. Die Explosion sprengt den 740 Tonnen Deckel des Silos weg. Der Atomsprengkopf der Rakete wird hunderte von Metern entfernt gefunden. Er liegt in einem Graben. Das Feuer ist aus. Wir können ihn bergen. Offiziell wird das Austreten von Radioaktivität bestritten, aber öffentlich werden Zweifel daran laut. Die explodierte Atomrakete war eine Weiterentwicklung der Titan-Mond-Raketen, eine Fehlkonstruktion. Es gab mehrere Unfälle mit Titan-Raketen und dabei sind viele Menschen ums Leben gekommen. Es sind auch Zwischenfälle bekannt geworden, bei denen es zu einem versehentlichen Abschuss hätte kommen können. Da gibt es einen haarsträubenden Fall 1984, als zwei Soldaten ihren normalen Systemcheck durchführten und auf einmal sprang die ganze Computeranlage auf Einsatz bereit. Alle Geräte zeigten an, dass die Rakete unmittelbar vor einem Abschuss stand. Der Untersuchungsbericht dazu legt Wert auf die Feststellung, dass es unmöglich sei, eine Rakete versehentlich abzuschießen. Aber ich habe auch herausgefunden, dass die Soldaten während des Zwischenfalls eine ungewöhnliche Sicherheitsmaßnahme vornahmen. Sie parkten einen Panzerwagen auf dem Silo. Nun, das sieht ja nicht so aus, als ob sie sich auf ihr System wirklich hundertprozentig verlassen konnten. Verglichen mit den 50er Jahren verfügen die Nuklearstreitkräfte der Großmächte heute über eine viel ausgefeiltere Sicherheitstechnik. Doch der Kamerad Computer erweist sich mitunter als neue, unkalkulierbare Fehlerquelle. Im Juni 1980 kam es innerhalb von drei Tagen zu zwei ernsten Zwischenfällen. Die Computer zeigten plötzlich einen massiven Angriff sowjetischer Raketen an. In beiden Fällen wurde die Fehlerquelle zurückverfolgt. Es war ein Mikrochip im Wert von 46 Cent. Völlige Sicherheit bei Nuklearwaffen kann es nie geben. Einer, der es wissen muss, zieht Davos eine klare Lehre. Die Kombination aus menschlicher Fehlbarkeit und Atomwaffen wird zwangsläufig zur Vernichtung von Nationen führen. Deshalb müssen wir völlig abrüsten. Und das kann auch gelingen. Ein Falke, der sich selbst zur Taube läutert. Als Minister hatte McNamara einen nuklearen Erstschlag durchaus als Option bezeichnet. Heute setzt er sich für eine Ächtung nuklearer Waffen ein. Eine Einsicht, die man allen wünschen möchte, die den Koffer mit den Abschusscodes in Händen halten. Die Geschichte der verlorenen Bomben hat natürlich noch ein zweites, ungeschriebenes Kapitel. Welche Unfälle und Pannen die sowjetischen Atomstreitkräfte zu verzeichnen hatten, ist bis heute kaum bekannt. Unsere Detektive der Geschichte gehen der Sache nach. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Das nächste Mal in History ein Märchen und die Wirklichkeit. Sie verzauberte Millionen, aber nicht den Prinzen. Diana und das Spiel mit der Öffentlichkeit.